So, schauen wir uns die gute Stube mal an. Oh ja, dumm-di-dum, äh, ah, da geht's weiter. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Taschennappe irgendwann auch komplett den Geist aufgibt. Das wär schlecht, weil ohne, ja, bisschen dunkel. Hier scheint nix besonderes zu sein, oh, ja, hier war schon mal jemand. Hm. Oder war das der Slenderman? Der mich auf ne falsche Fährte lockt, der kleine... Naja. Hallo, Esho! Get to the Tower! Oder wie Arnold immer sagt, get to the jobber! Oh. Oh, da gehen wir mal zum Tower. Falls wir's überleben. Ah. Ah, ah, ah. Äh. Oh. Seesang, öffne dich. Hilfe. Was für ein Krach hier. Hm, links oder rechts? Hier mal rechts. Auf gut Glück. Hallo. Wie war zu Hause? No. No. Was? Hä? Hallo? Hallo? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hä? Was? Hä? Was? Was? Oh mein Gott, du kleiner Gnom. Ich hab doch gesagt, ich blende euch tot mit meinem Strahl. Boah, da war ein Generator da drin. Du. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Kinder der Slendermans. Oh mein Gott. Das Spiel bringt mich um. Ist ja weg. Nein, ich hör Schritte. Oh mein Gott. Diese Musik macht mich fertig. Nein, nein. Oh. Oh mein Gott. Oh nein, ich hör Schritte. Ha! Nimm dies! Friss mein Licht, mein Heiliges. Oh mein Gott. der lässt aber nicht locker ne ist schon zäh der bursche meine güte lass mich doch mal in ruhe bin doch nur auf urlaub hier sind immer gleich alles aggressiv die leute kommen schon wie viele generatoren brauche ich eigentlich ich glaube sechs arya sechs generatoren ach jetzt fangen auch noch diese kruckler wieder an mein gott na wo ist er wo bist du kleiner dämon ich habe leider keinen dickbonbon für dich dabei oh mein gott ausländer was machst du denn hier hätte mir jemand sagen können dass er zur party eingeladen ist verdammte scheiße gott sehe ich ja gar nix Hilfe geh weg du ausgeburt oh mein gott das spiel ist so böse ich kann überlaufen was los habe ich mir das bein gebrochen oder was ich höre schritt lauf doch mal richtig du lahme krücke was ist denn los ich höre schon wieder den kleinen bösen und der slender ist jetzt auch noch hier oh mein gott die anderen generatoren sind auch schon wieder im kreis hier oh nein da ist der kleine gangster wieder mit seinem hoodie auf dem kopf sprühen tja musst du ja nochmal schön außen rumlaufen du oh mein gott warum tue ich mir so ne scheiße an weg das ist jetzt blöd wenn wir nach vorne gucken und hinter mir der slender steht oh gott oh gott ja da ist er ja schon wieder oh man ich hätte da noch mal ne klappe halten sollen oh du oh gott kleiner so wo waren wir jetzt hier waren wir da waren wir oh gott lasst mich da nein hier waren wir schon ist er weg er ist weg ah jetzt ist der andere wieder da lass mich drücken meine Güte ich bin toll eine Folge nur mit wegrennen beschäftigt der ist jetzt schon wieder den anderen Weg gelaufen der verarscht mich glaube ich ein bisschen so nein nein vergiss es vergiss es ach komm schon das ist in jedem Fall ein Labyriner der ist ja bekloppt nein das sieht doch schon mal gut aus blablablablablablablablabla ach da kommt er schon wieder an der andere kleine Idiot nein ha meine Killerlamp hast du keine Chance ach hier waren wir schon oh man nein oh immun immun ja doch nicht immun ha jetzt müssen wir einfach wieder nach hause gehen Kate schlitz schlitz urlaub schlitz 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 ach jetzt sind wir hier schon wieder klasse oh man der gibt aber auch nicht auf ne tippelt mir hinterher kleine Freak oder Freakin der ausgesehen wie ein Mädchen so der Ring style oder der Flug schlitz 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 Ich höre keine Schritte mehr. Oh! Oh Gott! Gut, dass ich keine Facecam habe. Boah! Ich glaube, wir sind jetzt endlich mal weiter. Oh Slender, bitte verschone mich! Wo kommst du überhaupt hierher? Ich hab gedacht, dein Zuhause ist im Wald. Oh! 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 Lauf! Lauf! Jetzt bin ich schon wieder den falschen Weg gelaufen. Hier waren wir doch schon. Hallo! Ah! 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 Oh! Du kleiner! Ich glaube, der stellt sich extra in den Weg, weil da der nächste Generator ist. 100 pro! Oh Gott, mein Herz! Mein Herz! Down ist ein Generator! 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 Und das ist ein Generator! Es ist ein Generator! Na ja, komm Ach ja Also, zweimal die Hackfresse und dann war's das Gut zu wissen Lief ja schon mal ganz gut Für den Anfang, so, der Teil Ach man Ja Weiß ich doch schon alles Ich glaub, die Sie're going threw Ich glaube, ich werde dieses are did Das Roger Untertitelung des ZDF, 2020